Helmut Zenker Journal Meine Ohren und Augen funktionieren soweit noch ganz gut. Durch das Zimmer komme ich auch einigermaßen, indem ich mich auf eine Stuhllehne stütze, während ich den Stuhl auf gleichbleibenden Wegen vor mir herschiebe. Ich gehe zum Herd, zur Abwasch, zum Kasten, zur Tür, die meiste Zeit sitze ich auf dem Bett, das niedrig genug ist, sodass meine Füße auf dem Boden bleiben.